Mein Name ist Heiko Steuernagel, ich bin Gemeinde Brandenspektor der Gemeinde Schwandahl. Was habt ihr denn hier vorgefunden? Ja, wir haben einen Verkehrsunfall vorgefunden und da war beteiligt ein Grat und ein Pkw. Soweit ich das gesehen habe, ein Schwerverletzte und ein Leichtverletzte. Der Schwerverletzte ist ein Hubschrauber abtransportiert worden. Wir sind mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. Die Straße wurde schon durch die Polizei bzw. Lkw-Fahrer gesperrt. Die Straße wurde schon vorgezogen. Die Raum ist ein Hubschrauber. Die Strecke hat sich während der Straße einen Strecke schrauben. Das ist ein Läufer, der sich in der Geschichte dieser Hubschrauber befindet. Die Strecke konnten nicht nur ein Mäli-Lak des Strachs Ensuite害. Die Strecke ihn aufrufen nach wie die Strecke. Sie die Strecke hat sich in der Strecke. Die Strecke ist wie bei den Strecke. Die Strecke ist wie bei den Strecke tritt. Vielen Dank.